Das letzte Mal ähm, mittelmäßig als Kaffee. Ähm, ja. Das letzte Mal mit dem Zug nach London in Richtung Pride. Das letzte Mal mit einem überfüllten Zug. Too much pain, too much sorrow. Wieder halbwegs gutes Frühstück. Also, so kolostepinbewusst und so. War immer nicht so gut. Aber war lecker. Das muss man sagen. Das Jack, das ist der Haustechniker. Der musste sich immer mit uns rumschlagen, weil wir, ja, alle von Technik keine Ahnung haben. Und jetzt bereitet er mir gerade das Ausspiel vor. Aber ein ganz netter Kerl und hat uns immer geholfen. Das war ganz, ganz nett. Oh! Ja, das sind englische Cutter. Ähm, Maggie kommt nicht ganz damit klar, dass ich mir, äh, ein, ein Trikot von, ähm, von Brighton & Hope geholt hab. Und deswegen, muss sie mir jetzt zeigen, dass er Watford-Fan ist. Und, ähm, ja. Ja. And only one team. Come on, you all. That's not my name. 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 They call me twice, yeah. But I'm a liar, yeah. Ja, hier gab's immer den guten Kaffee. Ähm, und das wird jetzt der letzte sein, den wir hier getrunken haben. Wir treffen. Und dass unser Kick von LeibKänge überพ֊ lealen über Palakten um den Park. Und das ist hier eine Gewinindustrie fürいただf breaks, Ich bin in Karauer ab,